Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokemon SoulSilver mit Karn an meiner Seite. Sollte ich eigentlich mal wechseln, weil... Ja, ist das höchste Level von allen. Das Losi kann ich eigentlich mal wieder ein bisschen trainieren. Ja, dann... Wollen wir uns zurück, ja? Nicht wahr? Ja. Ich hoffe, ich muss Blitz nicht einsetzen. Das würde mich nämlich kacke nerven. Ja. So, Whirlpool kann ich noch? To the moon, yes, hey! Aber es ist vielleicht nicht gerade so gut, dass im Moment Losi... Mein erstes Pokemon ist, aber gut. Brudel! Ich sitze natürlich Whirlpool ein, wenn ich schon mal kann. Wenn es praktisch ist, hoffentlich irgendwie. Glauben wir mal. Es ist zwar die falsche Insel, ich weiß es, aber... ... ... mit dem... ... ich muss Blitz! Die Struhlinseln! Ich muss Blitzen! Nice! Ich kann einmal Blitz einsetzen, das ist so... ja kann das einsten angriff für die ich nicht brauche wie zum beispiel brüller das ist so schwach sind kannst du wenigstens mal was ganz blitz das gibt auch vom typ ein bisschen sinn wo man immer im blitz normal ist es wäre der licht schwimm 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 pokéball übrigens ich werde nur einmal versucht lugier zu fangen wenn ich es nicht schaffe schaff ich es nicht dann haben wir pech gehabt wehe ich muss stärke wieder lernen dann reg ich mich auf geiles kalzium dass kein schweiz braucht immer hoch war ich möchte ich wähle jedes mal jetzt vergeben so zu zweck nicht mehr ja gut schauen wir uns die pokémens mal an die sie gibt ich bin auf irgendeiner insel aber im wasser möchte ich natürlich nicht super schutz wo zum figure the fuck bin ich hier ich glaube links oben war das dass ich ein hinein muss denke ich glaube ich ich möchte nicht kämpfen ich habe keinen burg drauf ach nee da bestimmt was zu pokémens oder ja was für spaß eis na gut vielleicht kann ich da was reißen feiersturm das wasser das level wo strahl eine also wie kun어 sandwiches das und mit ist man im diese typen Dinge ins Kirchen lernen. Ja gut, besser wie euer Sturm. Und diese Schachsinn ist auch nicht gerade sehr effektiv gegen mich. Nein, jetzt die versinkt. Ja, warum sollte es auch verwirrt sein, nehm? Jetzt würdest du dich ja was stören, oder? Das wär ja schlimm, schlimm, schlimm. Gut, das ist nicht mehr verwirrt. Tauvla. Gut, jetzt haben wir das geschafft. 2 und 3. Die Magda, haben wir die Magda besiegt? Äh, was? Warum? What? Ähm. Muss, ah, da kann ich Reverschutz weg. Nicht mehr. Zuperschutz, jetzt hab ich nur kleinere Schütze. Ich hab Top-Schutz. Äh, Drachenabdruck und Verstärken. Ich hab noch einen Super-Schutz. Der normale Schütze. Nicht mehr Top-Schutz. Ist, ne, ist es nicht wert. Oh, geiler Strudel. Was gucken? Genau. Übrigens, ich hab's glaub's schon mal erwähnt, aber nächstes, bis nach diesem Projekt, versuche ich mich an der Randomizer Nusslop-Challenge. Juhu. Und ich komplett verkacken werde, weil ich mich kenne und ich bin kacke im Pokémon. Seht ihr ja gerade jetzt. Ich spiele zwar schon seit Jahrzehnten, aber immer noch kein einziges, ähm, kein einziges kleines bisschen intelligenter darin. So, Top-Genesung. So, so, das ist Pokéball, da komm ich nicht ran. Von unten. Hier vielleicht. Geiles Nugget. Geld, Geld, Geld. Geld riecht die Welt. Und, ich tippe mal da rüber, dann da hoch. Schauen wir mal, wo es uns denn hinfährt. Dann Hüberball. Kann ich direkt brauchen, wenn ich gegen Lugia... ...imf ihn wie Arnie. Dann... ...setzt weg nicht mehr. Was gibt's hier für Pokémans? Ich hab keine Ahnung. Ein Zubat, Level 23. Fürsturm. Hab ich euch... Ich kann Hypnose. Hippohip kann Hypnose. Dann wäre das wahrscheinlich Hyppohips-Kampf. Denk ich. Also, ich bin zwar lame, aber mit zwei legendären Pokémon, das sag ich bestimmt nicht. Nein. Äh, okay. Äh, okay. Sind alle miteinander verbunden? Soll ich das grad richtig? Hab ich das verkackt? Komm ich nicht mehr zurück. Ich möchte nicht noch mal außen rum schwimmen. Oder was? Oben rechts. Hm. Ich schau mal nach. Ohne Momento. Ich schneid das, glaub ich. Ich schau das schnell nach. Okay, hab's gesehen. Ich muss doch rum rechts. Und hier ist eine Sackgasse. Da kann ich, da kann ich nicht mehr weiter. Er wird. Ganz aus dem Leben so sein. Ähm. Ich möchte strudeln da oben. Kommt direkt in Galas zum Beschütz. Hm. Raum rechts. Und dann muss ich nach oben die Treppe runter. Weiter mein ich natürlich. Und dann sollte ich eigentlich auf dem Weg sein. Dann den ganzen Weg weiter. Dann nicht mehr so schwer werden sein. Ähm. Wo ist der Strudel? Zuck, zuck, zuck. Neee. Neee. Typi. Äh. Gut. Dann kämpfe ich halt noch gegen dich. Ich würde mich in diesem Part noch. Lugia fangen oder besiegen. Und was dann auch zuerst passieren wird. Alter, diese Level 21. Das ist sowas von nicht das Training, das ich haben wollte. Ja, ich, ich. Ich hab grad ne Idee. Ich werde Foxy einsetzen. Neee. Okay. Am nächsten Runde. Oh. Entwicklung und so. Das einzige, das ich noch durch Level entwickelt, glaube ich. Das ich habe. Und es wär voll Töfte. Wenn das passieren wird. Polen würde. Jetzt brauch ich noch einen Blattstein und einen Feuerstein. Feuerstein kommt von Pilz-Upa. Blattstein gibt es im Bretanierwald. Irgendwo muss ich noch finden. Ja. Oder wenn ich mir den Blatt zeige. Opa. Aber da ist schon ein... Gif. Nein, Gif. Warte, warte. Ähm. Mike ist. Nämlich wer. Tuxa. Tuxa. Ja. Kann ich es vielleicht nicht mehr zeigen. Also. Wäre gut, wenn ich den Platz steige. Vorher schon holen werde. Könnte ich auch hier haben. Aber das habe ich ja schon mal erklärt. Das wird nämlich nie passieren. Unterlef 90. Winkt das vier Erfahrungspunkte? Alter, wann winkt das so viel? Deine Halt ist ganz schrumpelig. Natürlich. natürlich einfach nicht unterwegs zu den schulen ich bin auch eine kunde der karin und die nicht goldini 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 das ist auch die dummste stipps die stimme eine goldini 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 ich zeig das so gerne mehr keine zacken ich kann sieg Ich hoffe, du siehst. Aber jeder sagt, weil der ist bestimmt so bestimmt sie. Oh mein Gott. So, nervige Trainers. Und Shit. Fliegt. Fliegt hoch empor. Und es fliegt tief hinunter. Oder so. Ja, aber es ist gar kein Gegenteil von hoch empor. Empor fliegen. Tauchen. Tief tauchen. Tauch tief. Ich bin schneller als du walking. Es gibt geile Erfahrungspunkte. Nice. Wuhu. Entwicklung. Entwicklung. 36 könnte sein. Schon Foxy. Es wird endlich ein Tauboss. Oder der Sprite. Richtig aggressiv. Ich muss direkt den Raub fangen. Mit seinen Krallen. Schön. Jetzt habe ich einen Tauboss. Was wünscht man sich denn mehr? Schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Ein Töntacher. Bum, 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 bum. Ein geiles Lucy ist entkommen. Yeah. Also, meine Damen und Herren, die Strudelinsel. Eine neue Strudelinsel. Der neue Superschutz. Und ein neues Blitz. Da ich mich Karl. Blitz ein. Zack. Wir sagen, verpackt ist das Bild, wenn man das macht. Um. Zack, zack. Und jetzt geht es da weiter. Zack, zack. Aber, zack, zack, zumindest zügig. Nicht da runter springen, da runter gehen. Geil, geiler Poké Ball. Topälber! So gefällt mir das. Okay. Da kann man nicht rein. Aber es ist doch... Wunderbar. Du hast ihn gefunden. Hier du darfst passieren. Danke, duuude. Da unten ist Lugia. Oh, ein Sanderbonbon. Das war als... Äh... Ich möchte Lucy... Nein, nein, Lucy. Ich mag Lucy mehr. Jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Vielleicht fang ich in Europa. Icino, Ladies. Wie geht's so? Blablabla. Kommt schon, vorwärts. Zeit rennt, sie rennt. Und jetzt mach ich den geilen Dance. Uh. Ding, 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 ding. Alter, wie sie abdänzen. Uh. Wie lange dauert er? Tanz, tanz, tanz. Da ist die Goldglocke. Boom. Bam. Da ist doch eine. Dann werde ich aber zu sicher trotzdem mal speichern. Hehehe. Hehehe. Ich möchte das nicht noch mal tun, hier. Tsk. Ne, mach ich nicht. Ich liebe das Risiko. Wir werden Lugia. Versuchen zu fangen. Ich werde es versuchen. Ich werde es nicht schaffen, wahrscheinlich. Ich werde es versuchen. Alter, die Augen. Ich werde es nicht schicken. Hat er da. Der eiskalte Blick, oder wie? Uh. Ich werde es noch mal speichern. Die Finger. Das sind einfach Finger als Flügel. Wow. Meine Augen können dem nicht trauen. Tsk. 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 1140 wahrscheinlich oder? 45? Alter! Swinger Hilfe, Hilfe! Do your thing! Fucking Hydropon Nee Hypnose! Ja, Haku funktioniert mit der Taktik nicht wahr? Ähm... Kuku Das ist der einzige, das aus tanken kann Luftstoss Alter Alter Uff... Das ist... Ja, hart Wie mache ich jetzt das, dass es überleben wird? Äh... Also eigentlich, wenn ich noch ein Knirscher einsetze, sollte es eigentlich das überleben Also Kuku macht einen Vortrag Aber so kann ich wenigstens angreifen Okay, Kuku Okay Kuku, du machst das Wenn es fangt Fuck Kein Volltreffer Kein Volltreffer Nice Jetzt heisst das noch noch Beten, meine Damen und Herren Hyperball Das ist eine Höhle, ne? Hyperball Das ist eine Höhle, ne? Hyperball Alter Ich setze noch noch Regeltanz ein Warum auch immer Ich setze noch noch Regeltanz ein Sperrball Nee, 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 nee Hyperball Los, Hyperball Lieb und Sieg Nein! Verflixt Ich glaube ich muss Kuku mal heilen Ja Heile mich kurz So Schreibe ins Risiko Hyperball Mein Gott Das ist so aufregend! Verdammt! Oh mein Gott! Fangen wir das Superball! Ich weiss, es hat so eine niedrige Fanggut. Oh Gott! Irgendein Tanz! Danke! Überball! Du schlagst jedes Mal Überball! Runter B! Verdammt! Ich hab B runtergemacht! Verdammt! Okay! Das ist jetzt suboptimal! Kann Karl irgendwas, das eine Statusveränderung macht? Und die... Nee! Na gut! Und? Runter B! Das war falsch! Verdammt! Ja, ich weiss, dass es nicht funktioniert! Aber egal! Oh mein Gott! Super! Das dauert zu lange! Wir sind ja mal ein Finsterball! Ehm... Ja! Funktioniert gut! Ich weiß gar nicht, soll ich das schneiden? Vielleicht habe ich es geschnitten, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Glauben wir mal, wie lange ich noch gehabt habe für diesen Kampf. Ich bin ja in der Höhle, oder? Aber, da, äh, Karl. Alter. Ähm, wie ich sag, wie heißt es, hat Erzwinger. Ach nee, dann schadet es sich selbst, das ist eigentlich gerade sehr gut. Guten Abend. Hallo. Nicht gut, nicht gut. Ich muss das so schnell wie möglich fahren. Gut schon. Superball. Ich hoffe, vielleicht. Also, als eine hohe Initiative, wahrscheinlich nicht, ne? So, wenn das funktioniert. Ich dachte schon. Das wird ein langer Part, ne? Superball. Einfach mal, weil, das gut nicht muss. Ja. Was hat das für eine Fangquote? Keine, ich nicht ganz sehr hoch. Äh. Mike. Such dein Bestes. Was? Nee, Giftpuder. Nee, nee, nee. Dann stirbt es. Ich habe noch zwei Überbälle. Gott. Komm schon. Nein! Ich weiß nicht, ob es sonst sonst schon das sind, so. Ah, das ist sehr effektiv. Verdammt. Ich dachte, ich könnte hinaus mit Mike, aber. Toxie. Das ist ein Mann. Letzter Überball. Das ist ein Mann. Natürlich haben sie's schon zusammen. Die werden so. Aber das ist ja selbst schlecht. Ist nicht immer gut. Oh, es fützt aber auch. oh mein gott ja ich denke das werdet nix diesen topbeleber schnell einsetzen niederbeleben und dann kann ich vielleicht doch ein ball werfen weil karl denkt das eigentlich aus und das ausdenken dann muss ich nur wenn du nicht in einem ball bist dann also im zu sagen war ein fensterball öffnen fenster es ist falsch es ist ja dunkel ja so in dem hall ist es eigentlich funktionieren na gut gut aber das ist der letzte ball nicht mehr wenn es nicht sein so soll es nicht sein was meine damen und herren ich habe noch versucht alle noch macht die na gut das war's für heute ich hoffe es hat euch gefallen dann likt doch abonniert mich folgt mir auf Twitter Link in der Videobeschreibung kommentiert natürlich bis nächstes mal ciao ciao Euer Christian es ist Bis zum nächsten Mal.